Musik Heute nehme ich euch mit auf eine Fahrt mit der Solar-Dreisine auf der stillgelegten Trasse der Überwaldbahn im Odenwald Die Strecke führt auf einer Länge von knapp 10 Kilometern von Mörlenbach nach Waldmichelbach und überwindet dabei etwa 180 Höhenmeter Man fährt über drei große Viadukte und durch zwei Tunnel wobei der grössere eine Gesamtlänge von beachtlichen 679 Metern hat Die Solar-Dreisinen werden ähnlich wie E-Bikes mit einem Elektromotor betrieben Dazu befinden sich auf dem Dach der Dreisinen einige Solarmodule Bevor es losgeht, bekommt man im Bahnhofsgebäude ein Einweisungsvideo gezeigt Für alle, die sich im Vorfeld schon mal informieren wollen habe ich den Link zu dem Video in der Beschreibung unten hinzugefügt Müssen Sie mindestens 5 Sekunden die Pedale betätigen? Nun löst sich die Feststellbremse automatisch Sobald Sie aufhören zu treten, wird die Geschwindigkeit reduziert und die Dresine kommt zum Stillstand Unsere Fahrt führte uns zunächst von Waldmichelbach nach Mörlenbach und am Nachmittag dann wieder zurück Und jetzt geht's endlich los! Wie bereits gesagt führt die Strecke durch den knapp 700 Meter langen Tunnel Kreidach oder auch Michelbacher Tunnel genannt In dem Tunnel sieht man noch das naturbelassene blanke Felsgestein Es ist drinnen aber recht frisch Im Sommer durchaus eine willkommene Abkühlung Aber vielleicht sollte man sich doch was Langärmeliges zum Anziehen mitnehmen Beim Überqueren der Bahnübergänge muss ein Mitfahrer kurz aussteigen und an der Ampelanlage einen Knopf drücken 10 Sekunden später springt die Ampel dann auf grün und man kann weiterfahren Auf der seit 1994 stillgelegten Trasse der Odenwälder Überwaldbahn kann man bei einer Fahrt mit der Dresine auf einer der schönsten denkmalgeschützten Eisenbahnstrecken Europas wunderschöne Landschaften mit atemberaubenden Ausblicken genießen Musik 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 Die Strecke führt über mehrere große Viadukte, hier überfahren wir gerade das Viadukt bei Vöckelsbach. Nach etwa 80 Minuten Fahrtzeit erreichen wir das Ziel unserer Fahrt, den Dreisinenbahnhof in Möllnbach. Man hat dort etwa 2 Stunden Zeit, um zum Beispiel ein Picnic zu machen oder in eine Gaststätte zum Essen zu gehen. Gestärkt durch das Mittagessen geht es dann wieder auf den knapp 10 Kilometer langen Rückweg nach Waldmichelbach. Dank der Unterstützung durch den Elektroantrieb ist auch die Bergauffahrt ohne große Kraftanstrengung machbar. Bei den Solardreisinen handelt es sich um sogenannte multi-elektrische Hybrid-Schienenfahrzeuge, die jeweils mit 8 Sitzplätzen ausgestattet sind. Die Dreisinen werden mit Tretpedalen bewegt, die jeweils an 4 Sitzplätzen, 2 in jede Fahrtrichtung, montiert sind. Der in Fahrtrichtung rechte Tretgenerator steuert die Dreisine. Wenn der Fahrer, der dort sitzt, nicht in die Pedale tritt, geht nichts vorwärts. Auf den Fahrzeugdächern sind jeweils 4 Solarmodule eingebaut, die den Antrieb unterstützen. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 15 Stundenkilometern, dann wird abgeregelt. Das ist aber absolut ausreichend, man will die Fahrt und die schöne Aussicht ja schließlich genießen. Kommen wir zu einem kleinen Fazit. Ich fand den Tag im Odenwald sehr gelungen. Es hat wirklich Spaß gemacht. Für Familien mit Kindern und vielleicht auch für Betriebs- oder Vereinsausflüge sehr zu empfehlen. In Waldmichelbach stünde auch zur weiteren Bespaßung nach der Fahrt, zum Beispiel eine Sommerrolle waren zur Verfügung. Man kann die Dreisinenfahrt sowohl ab Waldmichelbach als auch ab Mörlenbach buchen. Die jeweiligen Startzeiten von den unterschiedlichen Startpunkten könnt ihr der Übersicht entnehmen. Die Preise für eine Dreisine für die Hin- und Rückfahrt liegen bei 125 Euro von Montag bis Freitag und bei 169 Euro am Wochenende und an Feiertagen. Wer mit bis zu 4 Personen anreist, kann auch eine halbe Dreisine für 85 bzw. 99 Euro mieten. Die Dreisinenfahrt Die Dreisinenfahrt Die Dreisinenfahrt Die Dreisinenfahrt